Franzosen. Äh, einem Brasilianer, meine ich. Ja. Dann setze ich erstmal den hier drauf. Und der kommt... erstmal hier hin, damit wir auch mal einen Ersatz-Torbot haben. Ja, ich weiß der andere ist besser, aber... Ich brauche ja jetzt erstmal hier ein wenig Chemie. So, habe ich einen französischen Innenverteidiger? Nee, habe ich nicht. Welche habe ich denn gerade hier noch alle gespeichert? Ähm, ich habe einen Kader, genau. Ja, wunderschön. Ja, cool. Ähm. Genau. Mein Verein. So. Ich will nicht suchen. Ich will nicht suchen. So. Okay. Okay. Ich habe drei seltene Spieler. Ja, dann zeig doch mal... Dann zeig doch mal an hier. Ja, los. Hau rein. Ey. Na. Ich will nicht suchen. Ich will. Ach, morgen, ich, äh... Was habe ich hier seltene... Goldspieler habe ich hier. Achso, ja, den Kaiserslautern nach. Ähm. Wo sind denn seltene Spieler? Hier in Europa. Nee. Doch. Wo, wo? Da ist er. Achso, unser schöner Torwart. Ja. Ähm. Hier habe ich auch einen seltenen Spieler. Der ist hier. Und... Welcher ist es? Birch oder... Henry. Egal. So. Hm. Chemie-Stier. Ich will... Ich will... Ich will... Erstmal spiele ich jetzt das nächste... Das nächste Spiel. Ähm. Glaube ich. Oder? Ja, ich spiele erst mal das nächste Spiel. Okay, machen wir mal. Hm. Hündler 84. Startpreis 7000. Startpreis 450. Philippe Santana, der... Äh, okay. Neustädter kostet 76. Höwe des Stadt... Aktuelles Geburt 2200. Oh, ich kann den mal kurz für den Neustädter theoretisch bieten. Hier ist der Startpreis bei 400. Äh, hier bei Höger. Hildebrandt... Kann ich nicht gebrauchen. Hildebrandt... Boah, Teng, Junge. Boah, Junge, warum ist das so teuer, ey? Ich will den doch haben. Ähm, ich glaube, wir bieten einfach mal... Aber eigentlich haben wir ein gutes Mittelfeld, oder? Also, gut nicht, aber... Wir gucken erst mal. Ne, wir wollen Club Shack. Ne, ähm... Ah, ja, Mitarbeitertyp, alle. Suche. Plus eins Fitness, Vertrags... Äh, egal, Mensch, das ist erstmal nicht so wichtig. Erstmal... Erstmal spielen wir jetzt das nächste. 161.000 live drauf. Warum sind wir Dortmund drauf? Ich will da nicht Dortmund drauf haben. Ich will da Schalke drauf haben, ey. Ähm... Suchen wir mal nach einem Goldspieler. Naja, Leute, ist ja auch egal. Ich mach erstmal, ähm... Schluss für heute. Ich werde so weiterspielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hey, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Und, äh, ja, ich bin nicht mehr alleine, denn der Maxi ist da. Hallo. Ja, der wird das, äh, öfter mal mit mir machen. Und... Ja. Ja. Jetzt wollte ich die Manageraufgaben machen. So. So. Pilar gekauft. Ja, der Maxi, der kann sich schon gönnen, weil der halt schon vorher Münzen kassiert hat. Getraded. Genau. Und, ähm... Müsse war klar. Und ich hab halt nochmal von vorne angefangen. So, also, für ein Stadion ändern. Okay. Wenn ich ein anderes Stadion hätte. Wenn ich ein anderes Stadion hätte. Erste Partie in einem Turnier bestehen. Gut, dann muss ich ein Turnier machen. Kauflein und Blackout für den Transfermarkt. Das kann ich machen, das wollte ich sowieso machen. Hm. Gehen wir mal in den Transfermarkt. Denn ich wollte für neun Stürmer mitbieten. Okay, Stürmer sind ziemlich teuer. In der Bundesliga zumindest. Ja, ich weiß noch nicht. So ein bisschen. Ich will eigentlich auch... Ich möchte auch eine Bundesliga-Mannschaft gerne haben. Deswegen mach ich jetzt einfach mal... Ja. Ich bin so schlauer und will erst die Liga aus, anstatt zuerst die Nation zu wählen. So. Petersen. Ich glaube, es ist mir egal. Chemiester ist mir egal. Position möchte ich gerne stürmen. Oh, ne, Mann, ey. Wieso ist das so langsam? Ja, gut. Suchen wir mal. Was wir so finden. Schlau drauf, Junge. Wer wird mir als erstes angezeigt. Warte mal, da war noch einer. Ah, der geht noch eine Minute Petersen. Ah, Kießling. Oh, Kießling. Was ne Graupe. Schieben. Schieber. Kakao-Kroze. Der geht eigentlich voll ab oder letztes Jahr ging der Fall. Ein Junge, der Kießling, der kostet 700 hier bei mir und das aktuelle Geburt 1.000, das will ich nicht ausgeben für den eigentlichen Goldspiel. Oh, Alevandowski, 19.000. Was, Junge? Ich will schnelleren hier, der... Oh, der kostet auch vier Junge. Kakao. Ach, Kuschon. Oh, wie der schlau drauf. Das ist er. Dingensstürmer. Ja, der geht noch 15 Sekunden und kostet 350. Der biet drauf. Oder hast du nicht mehr? Doch, klar. Ich, äh, ich biete einfach mal. Ja, komm, schnell. Acht Sekunden. Ähm, ich hab im Moment zehn Sekunden. What the fuck? Warum waren es gerade acht und jetzt wieder zehn? Du wurdest überboten? Nein. Noch? Nein. Achso, jetzt wurde ich überboten. Ja, egal. Ich will nicht allzu viel für den ausgeben. So, mal schauen. Ich enttrumpe meinen Frauen. Okay, ja. Hab ich nicht gekriegt, egal. Aber wir würden schon einen dämlichen Fuchs kaufen. Das ist unglaublich. Kruse, Kruse ist eigentlich ganz, äh, ganz cool. Ne, doch nicht. Schlau drauf war besser. Ja, leider. Boah, ich geh einfach mal auf die nächste Seite jetzt. Wir gucken. Schieber. Hier ist nochmal schlau drauf. Aber der kostet jetzt schon 500. So. Mann, ich hab schon 30. Na, warte mal, bei mir wird angerufen. Ja, klar, geht dran. Tschö. Tschö. So, hier ist nochmal der Kruse, der Schieber. Und nochmal der Schlau drauf. Aber der ist schon auch, er ist auch schon toll. Hier ist der Kiesling, Junge. Der geht nach 20 Minuten. Bieden war da einfach mal... Äh... Ich weiß nicht, ob wir da bieten sollen. Ja, ich weiß, ich wurde bei Schlau drauf überboten. Hast du mir mein Geld wiedergegeben? Komm. Ja. Ach komm, suchen wir einfach noch... Komm, wir bieten einfach mal auf den Kiesling. Ähm, hier ist der zu teuer. Hier ist der zu teuer. Hier hab ich doch einen günstigen Kiesling gefunden. 1.000, äh, warte, O.S.H. Das war er, meine ich. Ne, warte mal, da war schon einer. Hier, der kostet 650. Wie viel kostet der hier? 2.900 am Arsch. Eigentlich kann der Schlau drauf. Nee, lieber der Kiesling, Junge. Achso, ja, das war der Falsche. Bieten wir einfach mal 700 für den. Und Reh. So, einfach mal 700 für den Kiesling geboten jetzt. Der geht für mehr weg. Ich weiß. Ja, genau, 1.100. Aber, aber der hatte, der hatte gerade im Moment keine Gebote, also. Man kann ja mal hoffen. So. Schwarz-Gelb. So, hier ist Schieber, Schlau drauf, Schlau drauf, Schlau drauf. Boah, wie viele Schlau draufs angeboten werden, ey. Die können doch nie mehr leben, um so viel Geld zu haben. Boah. Okay. Ähm. Wir gehen jetzt noch mal. Obst, Salah. Jetzt bin ich zu weit weggegangen. Einmal hier, Suche, Schalke 04, Spieler machen wir. Boah, Alter. What the fuck? Was ist los? Ne, äh. Stark. Hier ist, hier ist, hier ist, hier ist, hier ist der Boateng für 9600, Neustädter, Papadopoulos-Papadopoulos-Gold, quasi im Moment 1600, Hildebrand, aber ich, Draxler, Junge, nein. Wie teuer ist der? Der kostet 3800, ist im Moment das Gebot, aber sofortkauf gibt's bei dem gar nicht, leider. Schade. Ich hab mir jetzt, den Shiba-Chi-GBchi gekauft. Hier ist noch mal, Draxler. Der kostet 3500 im Moment. Hier ist Fuchs. Der ist gerade von 650 auf 900 hochgegangen. Also ich hab mir jetzt gerade mit dem Shiba gekaufte. Laider Gott ist seine Zecker, aber nichts zu machen. Hier ist ja Ogo. Okay. Der ist eigentlich nicht schlecht. Aber der geht noch sechs Minuten, da warte ich erstmal ab. Hier ist nochmal Boateng für 14.000 Gold. Kannst du dir sowas nicht leisten? Nein, leider nicht. Hier ist... Oh, Kiyopak. Hier ist Anan in Silber. Philippe Santana Gold. Ja, egal. Was wolltest du sagen? Ja, erstmal jetzt Team zusammenbauen. Ich glaube, der Q ging letztes Jahr richtig ab. 600, gegönnt. Pfaffan, 15.000. Oh, sehr gut. Ich hab den... Kann ich ja mal gleich nachgucken, für wie viel ich den gekauft habe. Och, komm schon. Der Matip kostet 1.500, Junge. Ich guck mir mal mein Kiesling an, was der... Also ich hab verfallen für 4.500 gekauft. Alter. Und Santana auch für 4.500. Ich guck mal an, äh... Oh, stimmt. Ich hab ja noch Emanuels, so. Nice. So, mal gucken, ähm... So, Transfers. Bisher bin ich noch Höchstbietender. Äh, wie viele Minuten noch? Ja, er lädt gerade. So. Schlau drauf hab ich, äh, ist abgelaufen. Und Kiesling? Ach so. Der geht noch voll lange, okay. Der geht noch, äh, 15 Minuten. Ich dachte, der ging noch 6 Minuten, deswegen hab ich geboten, aber... Ja, egal. Ah, man. Ich dachte schon so, boah, Junge, ich bin voll gut. 3 Minuten nur noch oder so. Okay, warte mal, was brauch ich noch? Ich baue nur ein ZDM. Boah, Pizzi hat im Moment Vereinswert... Ah, wesentlich mehr als ich. Doppelt so viel. Verein löschen. Nein. So. Komm, mach das doch mal. Ja. Damit ich nochmal von vorne anfangen kann und dann vielleicht bessere Kriege. Boah, Gustavo Kehl. Boah, ich glaub, ich gönne mir Gnouan oder Gustavo. Boah, hier ist dieser fucking Kaiserslautern-Spieler. Den will ich nicht. Eigentlich kann ich dir mal anbieten, Jungen. Macht nichts. Ja, klopp da drauf. Nein, kannst du gar nicht anbieten. Hä? Kannst du nicht anbieten, irgendwie, dass irgendwas komisches. Irgendwas komisches, cool. Ja, also ich kann meine Spieler nicht anbieten, also die ich im Feind hab. Muss ich gleich mal ausprobieren. Mein Fein. Erstmal angucken. Ach, ich... Was hab ich denn da überhaupt noch so drin? Ach, alles Mögliche hat man da drin. Seltene Spieler... ...aus England hab ich einen hier. Welche ist denn das? Ähm... Der hier? Maybe? Ne. So, Hülga auch gekauft. Jetzt zuweisen. Boah, Junge. Warum kaufst du dir so viel? Ich will auch viel. Traden, traden, traden. Ja, erstmal hier, ähm... So, ich biete jetzt erstmal ein paar Spiele einfach an. Mal gucken, ob's geht. Weil ich will auch gerne eine Bundesliga-Mannschaft haben. Ähm... Ähm... England hab ich. Hier biete ich erstmal den... Den... Tay... Den Taylor biete ich erstmal an. Biete alles für 200 an. Drei Tage. Jo. Oh. Ähm... Auf Transfermarkt anbieten. Startpreis... 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 Startpreis 200. Sofortkaufpreis. Machen wir einfach mal rein. Ich bin fertig. So. Ja, von mir aus können wir mal... Von mir aus können wir mal spielen. Ja, okay. Aber ich... Ich hab ne richtige Graubmannschaft, ne? Ah. Nur... Ich hab auch nur 88. Ich hab auch nur 88. Ich hab auch nur 88 Chemie also. Ja, ist ja gar nichts. Was hab ich für dich zusammen? Soll ich einladen? Ja, dann doors有人. Ja, ich muss noch auf spielen gehen. XX Tour. Bitte warten. Ja, komm. Offen verbreitet. Wie der ausgewählte Spieler ist nicht verfügbar. Amarsch ist der ausgewählte Spieler nicht verfügbar. Habe ich jemand anderen ausgewählt? Warte mal. Und sofort wieder da, dann habe ich mich verklickt. Ich habe dich schon eingeladen. Ja, ich weiß. So. Boah, Junge. Alter. Okay, warte mal. Alter, was hast du denn für Barcelona-Trikots? Voll geil, ne? 1899, 1999, glaube ich, steht da drauf. Oh, habe ich direkt am Anfang gekriegt. Ja, schon aus. Ja. 72 Chemie, boah, der Marc Bartra ist, das kann das sein. Äh, kann sein, warte mal, FC, FC Scheich-Club. Äh, boah, Junge, Alter. Also ich kann mir sagen, dass der Marc Bartra ein Riesentalent ist bei Barcelona. Hm. Die Mikrofone sind offen, das Spiel kann beginnen. Wir sind bereit, Frank Buschmann und Manny Borgmann. Ja, Frank Buschmann. Direkt erst mal. Alter. What the fuck? Und die Leitung des Spiels über den Teutel-Sung-Kwan-Chok. Ja, Maxi, erst mal schön, Junge, was machen meine Spieler da? Die rennen immer daneben. Ja, die rennen immer daneben. Oh, Alter. Was ist da los bei... Junge, was wird meine Steuer kaputt? So, jetzt aber. Komm, Shibab-Chip-Chip-Chip, man. Ja, ja, Junge, ich will den da haben vom Tor. Ja, Junge, ich will den da haben vom Tor. Der Keeper ist doch rechtzeitig zur Stelle. Alter, man, die schwer sind so übelst lahm. Ach, ja, der Verfahren musste noch, es nicht mehr abdecken. Hm, ja, ich hätte meinen es auch erst mal updaten können. Ja, und Jefferson Verfahren. Da ist er. Ja. Ja, zumbr-sumbr. Frei Jünger. Erst mal schön demütigen. Ja, klar, Junge, mit so einer... Ja, du, du, du hast schon so eine übelste Mannschaft da und ich mit meiner grauen Mannschaft. Ja, was soll ich machen? Ach, ja. Schraden. Ja. Alter, die sind so übelst lahm. Hey, ach ja. Ich habe mir auch übrigens ein paar schnelle Spieler gekauft, also wie den hier. Ja, ich merke schon. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon in Mittelfeld sind sie wieder in Ballbesitz. Hm, cool. Die Situation wurde geklärt. Hase B. Hase B. Jetzt greift er ihn an. Hase B. Okay, Max. Hase B. Boah. Kommt so anscheinend. Jetzt hat es gerade gerückelt. Egal. Da will man gerade flanken. Hase B. Das ist eine vernünftige Option mehr, deswegen musste er den Ball ins Ausspiel. Warte mal, rucke, rucke. So. Ja, okay, das war ein bisschen zu schwach. Hase ausgeführt und sofort wieder der Gegner am Ball. Boah, Junge. Guck mal, wie du einfach mit dem Ball wesentlich schneller bist als ich ohne Ball. Ach, Mano, wieso bist du nicht mit deinem Torwart rausgekommen? Warum? Ich weiß, dass du so loben willst. Mano. Weil du mich ärger willst. Ja. F.S.K. Ach so, ja. Ach so, ja. Ach so, ja. Seist mein Team. Ey, was? Sie legen sich der Gäse hier wie vor. Ne, Max. Da spiel ich nicht hin. Mach lieber. Pff. Keine als Sauer. Ja, ich bin auch Sauer. Nicht nur der Trainer. Boah, Junge. Ich drück eben auf Gerät, schalte das Spielsitz aus. So, jetzt. Ma. Komm, sonst machen wir auch, komm schon. Gäste wäre ein. Unruhig. Im Nr. Frühjus. Jetzt kommen wir so zufrieden. Hier wird richtig gekämpft. noch heilig Reue was für das sind für den Ausdruck die Jahre ein das hat mich auch überrascht aber Finis Scherz sind absolut überpower Zeit unhaltbar Union neue Erlangen war das so schön mein Spieler ist einfach zu langsam um sich zu drehen schluss ja jetzt jetzt freue ich wieder stunden bis jetzt mal bei dir bin so meint aber nicht ich bin das hat mehr auf so geschossen ein Tartum was ist schon ein Tor schoß das Jahr und blieb in die 5 5 durch die Beine noch nicht endlich gespielt ausgespielt wo soll ich nicht bin da kommen komm next will da ist das schlampige Flanke so was wird mit Leichtigkeit abgefahren vorfehlender Versorgung nicht mit aufgeben schon erbärmlich mit meinem 88 Chemie Team ich habe meinen 2 0 zu mit meinem 72 Jahr wo auch machen so soll es rechtlich will egal so schöne Flanke schwache Flanke wurde gestoppt Nein Münder gespielt ja Ben Münder F so das wir müssen das auf den Ball zu machen Akkomba die Nahrr ja ein der hat über 80 Tempo also das wird erst mal nix er ist ich möchte statt bei der Verfahren der nervt mich ein ein wenig was selbst Meter das war kein der Vorbeigespielt für die Bündung kann man ja mal fordern der Schere hat sich bestimmt doch auch machen für die Führung zu hören verfahren nahin kommt schon der kleine koreaner lol klar Halbzeit Resultat ist Bombe gar nicht so ein definitiv nicht doch die Führung der Mannschaft war okay insofern ist ja okay Tom hat nur mehr Zweikämpfe und schmerz Ecken ich will kommen was habe ich da Geld wofür nein ich wollte mich anspielen ach egal ne habe ich nicht Ein super Timing er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Siegeln ja so so muss die zweite Halbzeit anfangen ne mit schön mit Verfahren ja okay Mann es geht doch es geht doch ja Chancen Nutzen ach komm schon warum legt ihr sich denn so weit vor ein ich glaube die Sprüche sind genau die gleichen wie in FIFA 13 kann das sein ja ein paar sind glaube ich neu dazugekommen ja ich will nicht grätschen wie kommt denn der da an aber egal kein Ding kein Ding kein Ding gut jetzt renn du warum rennst du wieder zurück weg mhm Max da wollte ich eigentlich nicht in ein ganz schwaches Zuspiel deswegen geht der Noob Noob so jetzt anders drübten oh jetzt Kumball denn komm schon boah guck mal an der Sankt woher ist ach so der hat die Kürtel ich wollte mich schon gerade wieder über meinen Meine wunderbaren, ähm, kopfballstarken Stürmer zu beschweren. Nein! Boah. Wie? Schießt! Nein! Nein! Egal, Ecke. Boah, Junge! Okay. Nein, warum? Nein! Nein, 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 nein! Nein! Ach, Mann! Das ist echt doof.